Ist das geil! Morgen geht's los, ich freue mich! Ludwüste, letztes Jahr der heißeste Ort der Welt mit 70,7 Grad. Gemessen, Weltrekord amtlich. Wir sind beim ISRU. Ortstermin in der Sauna, so war das heute. Jetzt ist das, was passiert, was nicht passieren soll. Wenn es nicht mehr geht, ist ein Rennen auch vorbei, das ist ganz klar. Es ist immer ein Extremlauf und Extremläufe beinhalten, dass irgendwas schief geht. Ich denke an meine Tochter und das ganze Glück und auch Unglück, das wir gemeinsam haben, weil sie krank ist. Ich bin wieder heulig, ich lache, ich tanze, die meiste Zeit laufe ich. Es ist ja alles Drama hier. Es ist eines der drei schönsten Rennen, die ich je gemacht habe. Wir machen das klar, wir machen das klar, wir machen das klar. Das ist passiert, das... Es passiert. Wir lost the way. Cheers. 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 Vielen Dank für heute! Cheers anatoire Willique Woitre zu